Und was geht schon? Geht schon? Geht schon? Geht schon? Geht schon? Ist es gegangen? Ähm? Ähm? Yes! Grüß euch alle miteinander aus einer neuen Folge von Pokémon Colosseum Und leider können wir wieder weiter starten mit Labeln Wobei wir aber die Colosseum noch der Reihe durchgehen Das heißt, wir gehen mal hinauf und machen einmal die erste Gate eben über die scheiß Ortschaften nicht Ah, ne Ahnung, jetzt sind wir da Mal kriegen ja oben die Info, wenn wir die eine ansprechen Ah, warte jetzt, ich merke gerade Da ist es bloß Vom Geburtstag-Stream her ist da doch noch etwas sehr weit unten Mal ein bisschen raufdrehen So, bitte nicht wundern, ich bin leider gold, das ist etwas erkühlt, was zu der Jahreszeit ja eh nichts Ungewöhnliches ist Okay, grüß dich doch Da haben wir Ich schau noch kurz rein Äh, da habe ich schon geteilt, dann muss ich mich wieder umlocken Und dann da noch rein Und dann noch mal da rein Fast Ja Gehen wir mal nach links Also, Feenag bin ich da jetzt, oder? Jetzt habe ich sowas nicht verstanden Na ja, ich glaube es ist Feenag Ja, Feenag Ja, Feenag Gehen wir sehen, schau dir mal an Ich liebe die Musik Normalo Sehr Normalo Und dann noch Dara und vor Bunker Tolle Mischung Naja, das ist jetzt aber nicht soo schwierig Äh, Binde, Wingull Und dann Mega Sauger Flupflup Gehenag 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 Dann tauschen einfach eine runter, ich schau so und so Ausglöpflöpflöpflown Und tschüss, Silly So Und Wingull Mit Wingull ist das sowieso so eine Sache Sobald ich im Urla Binto eine Seemöwe oder so sehe Sag ich immer, schau ein Wingull Jetzt hat sich im Design gebürgert Geile Hosen Dumbar Starrum Starrum Okay, wurscht Weiter geht's, nächster Kampf Ich finde das mit dem Ball umso geil Das ist glaube ich einfach Wasser, oder? Und das ist irgendwie die nobelste Arena Ich bin der Kugnose, fangen wir ran Athlet Povar So, mal schauen Öh, da Ich muss mal in den Daumen Ich glaube, ich bin zum Quatschen ab im Stream Ähm 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 Sind die beide scheiße So, ich schaue noch grad nebenbei noch mit der Daumen Mit dem Daumen Weg der Daumen Geiles Deutsch Ja 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 Da, auf der Breitseite Ein Problem ist halt nur Möglich viel EP Kriegen wir da jetzt glaube ich nicht drauf Silberblick Der Mann mit dem Silberblick Der Mann mit dem Silberblick Äh Judi 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 Das, äh, SCHNEIPKEY IS RIG Ehhh... Ich hab noch einen Tom zurück, soooo... Kämpfe auf für mich, das will ich garantiert machen. Halbfinale Wollen wir lang? Wir können auch schneller So, Bocke Seniorin Henrietta Also Henrietta ist ja das Glück Ich bin da von Power Patrol, los, 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 los Oder den komischen anderen, du auch immer los, los sagen, wie fast war denn das noch schnell? Der hat mich grad nicht ein Der komischen Roboter da unten da, oder was das sein soll Schnubbel überlebt Schnubbel So Super, Generation 1 Der Ekel, ernsthaft Und der Ekel Wo ist meine Maus? Hier, ich möchte gerne meine Kamera weiter runter bewegen, danke Ich bin der Wanderer Ja, der Wanderer Der Jorgensmann, heute hat er einfach keinen Respekt mehr Und der soll jetzt verlieren, oder was? In alle, hohohoho Vor allem das tolle ist, habe ich keine Säle jetzt mal zum Bocke sehen, da runter rennen, speichern Wie die, keinen Fall Ah, Strähnermüßi, gut Hut, Hut Alter, ernsthaft, da kannst du gleich wieder heim gehen Da kommst du doch mit deiner Surfer nicht sehr weit Ich liebe die Musik Ich muss mir unbedingt die ganzen Aus-Zwunder laden Eigentlich würde der uns viel, äh, nahkampft aber stärker sein Ja, genau So, geh weg, du Liebeskuss Doch, gesehen Also, für nach da brauchen wir noch irgendeinen, naja, keinen Verdrag, irgendeinen Stärkere, glaube ich Statt Base, oder so Tö, tö, tü, tön, tö, 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 tö 2 Minuten Wow Und glaube ich, dass ich gar nicht so was hab Ach sei denn... Oh, da hab ich Stress Hä? 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 Was ist DM-11? DM-11, ich will wissen was ist DM-11 So... Ja... Robi, oh... Da gibt's irgendwie die vollen Scheißen Dreck der Ems So, gehen wir runter speichern, dann gehen wir weiter Da müssen wir wohl oder übel ein Bad Ems kaufen Müsste hier eigentlich auch möglich sein Ich schau mal nur aus Neugierde da rein Ich frage mich so aus Aber warum verkauft der keine Bokeh-Bälle? Da drüge ich sogar Automat dafür Hm... Hm... Und glaub spannendere Däms gehen wir dann von der anderen Arena, oder? Oder? Naja weischt Ja, mal den nächsten Kampf an der Philippe haben wir jetzt nicht gekriegt auf den Nimm mal wieder rechts Nimm mal wieder rechts Nimm mal wieder rechts Guck mal wieder rechts Guck mal wieder rechts Nimm mal wieder rechts Eres Blatt Nimm mal wieder rechts Nimm mal wieder rechts Guck mal wieder rechts Und drüge hin Guck mal wieder rechts Nimm mal wieder rechts Du siehst du ein wenig schwe- Was ist denn? Hä? Wer sollst du zu mir, du kleine Göre? Ich rauchte mir die Ahntasen. Natürlich nicht. Remorate Eneko. Gut. Das ist leicht zum Schaffen. Na, passt. Nach Dara Geheimbauer Eneko. Und dann machen wir mega sogar Remorate. Okay, Eneko hält was aus. Dann machen wir nächste Runde auch dann. Egal, weg damit. Bei Pokémon, ich stehe mir dann glaube ich zwei Evoli. Ich glaube, in dem Versuche ich mir wirklich einfach ein anderer. Hm. Ich hole mal ein Bier. 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 Oh. Oh. Okay, Seemopsis. Ja. Ja. Prima. Dann müssen wir beiden auf Seemops. Ja. Doch, sehr effektiv. Wir waren mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt die Basse auch ist oder nicht. Ich hole mal einen Applaus mit mir zu investieren. Okay, das ist sicher. Ähm. Das bin Art. Das ist so gut, wie cool. Das ist das. Ich bin echt gut. Ja, und noch mal. Tschöntöd. Siebenundkürzig! Nee, geil, das schreib auch mir nicht. Hm, das ist anders, da kommt mir der Dom angerufen. Ok, spannend. Unglaublich, das war ein Praktikofferei. Kommt ein prächtiger. Ui, der wird nur so'n Topform. Das ist mir sowieso scheißegal. Das ist mir sowieso. Das ist mir sowieso scheißegal. Wie... Ich hätte nicht einfach auf 1 gehen sollen, glaube ich. Ja, durchscht. Weil die Hina ist sowieso da und passt. Und passt ja eh. Mhm. Hm. Ja, was soll ich machen? Hm. Ist ja blöd mit Schaufler. Hm. Ja. So. 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 Was für ein Schock. Ja, schön. Nein. 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 Ich glaub, das muss ja auch's klauen. Ach. Nimm mal 10.000 Sachen, dass ja nix weiter geht. Leerkraft. Mhm. Wo kriegt denn der Gang der Berlo her? Äh, Prämie darf sich mal reinrennen, aber Berlo? Mh, mh, mh. Naa, Scheiße, da rum drauf, es geht. Da ist eh wurscht. Wieso Kratzer, wieso nicht Glut? Oder irgendwas, aber wieso Kratzer? Weil das wo der kann ziehen. Komm, dann mach mal, gleich weiter. Mäh, ich kip. Zeit, ich kip. Wollte Lamm Da habe ich ja die Zweite Weiterentwicklung Machen wir doch sehen Hm, ja normal effektiv, fängt Pflanzen und Pflug Nochmal das gleiche Und down Mal schauen wie lange wir hier Dames kriegen Da habe ich mir noch eine kleine Ne, ja komm DM19, was kann DM19 Ja 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 Oh, sehr geil Sehr, sehr, sehr geil Ja 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 Ich meine Ich hab Anthem jetzt drinnen Passt. Ich glaube, da gibt es nur jeweils drei, oder? Und jede Arena hatten wir schon. Warte, ich schau gleich nach. Bei der Aimliste. Hm. Hm, na, muss nicht sein. Kann doch mehrere geben. Du, 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 du. Dann machen wir doch einen Kampf, dann sehen wir sie. Dann kommt eben wieder der schwierige Teil. Pyre, also von FENAC, dann Pyre, das haben wir schon. Und dann müssen wir in Orcus da noch schauen. Oh, cool, das wird spannend, da sind wir ja Level 50. Wir gehen mal wieder links. Jetzt hören wir aber, wir gehen nach links. Ich habe nicht vor, zu verlieren. Der muss. Der muss dort. Hm. Der muss keine. Und Goldini und Wumpf, Wumpf ist auch. Natürlich werden wir die neue Attacke ausprobieren. Also, im Endeffekt haben wir da jetzt. Flügelschlag, passt aber auch gut. Und dann Kriegersauger. Oh, tschüss. Kugelschlag, wenn er noch infigiert. Na, Kampf 1, 2 jetzt. Ja. Der muss dort, wo der besiegt, passt. Er ist aber verloren. Duell 2. Du, 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 du. Duell 2. Hm. So, was ist jetzt hier schon dabei? Jetzt sag ich mir, der Barwärtskollegen Supremase 1914. Und der ist gerade so, dass wir vom Gegner um Single sind. Und da muss ich gerade zuerst noch reinschauen, wenn die uns angreifen, weil ich warte ja noch drauf. Hehehehe. Okay, Mentex, Pabunka. Oh, ein Kindbaum fertig. Geflügelschlag und Doxin. Ich mach schon über mich, dass du auch. Mentex macht eine Eisattacke. Loot. Loot. Ich mach schon über die Eure. Und der will next er noch vergiften, oder? Pugelschlag, Doxin. War blind. Äh. schnabel und darum seine Lieblingsattacke schnabel alter ein schnabel ach so was ich wirklich hab's gelaufen ah Mist Überschlag darauf na und frisch boh aha na achso boh boh ich versteh schon Tom schreibt da nämlich gerade im Chat und ja boh ist eine verschlüsselte Nachricht boh ich muss aufs Klo erstauner 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 bald so Geflügelschlag und ja ist mir scheißegal ich muss aufs Klo ich komm gleich wieder gehen wir der neue Besuch ich sehe her die der der ist der Ah, Gott. So, ich werde hier. Ja, hab ich ja. Aber... Na, da ist ein bisschen was drin, ist falsch. Lüma. Es wundert mich, dass du so stark bist, was? Schau mal, ob da noch eine technische Maschine rausbekommen. So, was haben wir da für ein Taudl? Das ist ja dann weiter zu schwer in der Arena. Ui, das wird ja noch lustig. Ein Stadion wird riesig, das ist für eine Profi wie mich, wie geschaffen. Du bist ein Taudl. Zerter. Mein... Falls wir mal wieder ein Kind bekommen sollten, werde ich es Zerter nennen. So, mein Flügelschlag ist ein Mutzel. Ich habe es sogar schmerzt. Okay, Flügelschlag. Und tschüss. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Was ist es dann? Ah, keine Ahnung, da war ich mega sauger Daumen, wir könnten mal wieder alle Runde Poké-Memo starten Da gibt es sicherlich wieder Neuerungen Ja, vielleicht nicht gegen einen Typen, die ich verlieren Weil da will Stress Finale, Finale Ball-Laf-Memo, ja Ball-Laf-Memo, sag mal Aber vielleicht sollten wir das dann mal zu Ende führen Und dann mal schauen, was das Late Game bereit hält Was, ich finde es nämlich irgendwie immer lustig Weil mir passiert das so oft, dass ich mich vertipp Weil für Smartphone das zu tun, bin ich sowieso zu deppert, muss ich zugeben Und dann finde ich es immer lustig, was da immer rauskommt, zeitweise Ah Gehen wir aus der Sonnenfeld, der Fisch Der Urlaub Ah, das war so geil, Massalarm Ach Gott Das war noch ganz, ganz andere Zeiten Aber komplett andere Gäste Das war noch gar nicht Und dann Das war noch gar nicht Bist du dessa Ampichu, Blubstrahl und Gigasaga Die Vorentwicklung von Pikachu Vielleicht etwa für ein Level Up, ich find das geil Das war ein Fett So, schauen wir mal, kriegen wir jetzt noch eine technische Maschine oder nicht? Ich glaub da schon, aber nächsten Kampf nicht Die M22, schauen wir mal Doch noch, ok, dann machen wir gleich noch einen Kampf hier So nen Tag Ok, das können wir kommen hier Jetzt wird's scheiße, ok Schlafbruder soll's ja können Da und Gigasaga soll's auch können Doxin und Megasaga nicht unbedingt Wobei wir Megasaga zum angreifen brauchen Ähm, wir könnten sonst Ich mein, ich hätte auch gerne die DM-Kugelsat Warte mal, jetzt muss ich mal schauen, gibt's die da Warte mal Gen3-Kugelsat-DM Ähm Feuerrat Ach so, die Beschreibung ist mir so ausgelöscht Ähm Fundort, ich brauch den Fundort Ähm Oder dann einfach in deine andere Art am Pflanzenattacke Ja, ich brauch jetzt so um 15 Uhr Und vor allem, ich hab morgen Sturm frei Hohohoho Ach, was machen wir denn? Schwierig Okay 40 Minuten, oh, okay Ich glaub noch den nächsten Kampf Ich dachte, da geht's dir dann auch einer auf Dings aus, aber ich glaube, das hat sich dann erledigt. Okay, ja, ist halt so. Na gut, schauen wir mal, ob ich dann auch eine dm kriege. Wollen wir mal bei links, jetzt gehen wir wieder nach rechts. Oh, mein Bier ist leer. So, ich liebe kein... Ja, den hatten wir schon mal. Ich glaube, das war's jetzt. Na ja, wenn ich das wohl gewusst... Ja, sicher, den hatten wir schon mal. Egal, wir müssen elabeln. Okay, in dem Fall ist er zu real, aber normal. Ja, scheiß doch. Das hat er natürlich überlebt. Oh, so kriegen wir jetzt den Blubber. Oh, den Schaden siehst du nicht mal. Bei ihm auch nicht. So, ich gehe mal schnell noch ein bisschen Bier für heute holen. Okay, so... So, ich gehe mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja und das ist noch der komische... ...irgendwas da... Er hat mich auch hier noch nie kämpfen gesehen, aber ich hab ihn schon mal besiegt. Grin. Dothacher und Dodu. Dodu in Dodos. Müsst ihr was, ich mach mal was aus Gaude. Mentex, Blubstrahl, Dodu und du machst Solarstrahl auf. Mit den Dothacher. Sonnenlicht in einem geschlossenen Raum, so Absorbien ist halt, ja. Dann fügelstack. Solarstrahl. Geil. Doch leider geil. Ich habe färre Lohren. Ja. Da mit den eckigen Rädern. So. Albinoi, wen haben wir denn hier? Es ist. Es ist. Es ist. Arschtrainer. Stamina. Entern und dann zappen. Okay. Nentex, Vögel, Schlagtanzer, Papunker, Gigasorger, Entern. Einmal sehr effektiv. Überlebt. Ja. Gut. Er hat nicht viel aus. Und Gigasorger wird nicht normalerweise. Entern ist down. Das ist ein Geogsliebungs-Pokémon. Mhm. Hm. Doch, sie sind da. Oh, Stunzei sind. 48. Ja. Sehr gut. So will ich das sehen. Und mit 50 gehen wir den Nagaturm. Wenn alle ja 50 sind. Aber beim nächsten Auftritt werde ich wirklich... Ja. Es ist ja. Finale. Fassbücher. Tbruch, Fassbücher. Da, tbrun. Tbrun. Db. Na, nur da passt noch raus. Ach ich mach dich auch gleich nervös. Kommt ja weiter. Ich glaub nach dem kaum wird ja eh speichern, und da lässt ich's auch mal für heute. Wenn das mir noch rüber gehen auf Orcus, das macht das gar keinen Sinn. Guck mal, wenn wir noch rüber gehen auf Orcus, das macht auch gar keinen Sinn. Wund ja. Und dann würde ich noch mal maze Zeit hier. Da bin ich doch auch bloß so schön, weil ich so gewompert bin. Äh, Blubstrahl, Zubat und Gigasaga Hydropie. Zubat ist da und passt. Duska. Okay, Duska. Flügelschlag und Toxin. Ja, schießt Raketen. Ja, ganz natürlich nicht gerecht. Okay, schade. So, Gigasaga. Passt. Okay, Duska ist da und passt, wir haben es geschafft. Wir hatten heute viele brauchbare Tänz dabei. Es passt, wer ist, was? Ja, okay, komm, geh rein. So. Ja, genau, das war's, jetzt passt. Also Kohle müsste genug jetzt haben, oder? Schauen wir mal. Ja, 72.000 ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich hab mir mal überlegt, ob ich nicht einmal mit den Jungs Ball World anfangen. Da brauchen wir dann auch wieder einen Server, aber es hat nicht so hohe Grafiken, Forderungen und, 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 und. Das ist übrigens das einzige Pokémon Center, wo die Musik ist. Und das Maragd ist ja auch die Musik. Es ist halt quasi die einzige Stadt mit, ja, und das wird die Pensionisten haben. Quast. So, sprechen wir einmal noch meins. Und dann sage ich zu euch 53 Minuten, das geht eh. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf dem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.